Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt hier. Wir sind hier auf Planet World und heute ist Reis dabei. Hallo. Moin. Ja, ein Sack Reis führt mich hier in die Welt ein und ja, wir gucken mal. Das ist nämlich ein ganz spezielles Projekt. Jetzt guckt mal was passiert. Die Sicht changed sich. Und zwar nicht zu wenig. Das sind nämlich hier alles Planeten. Da vorne ist der Hauptplanet. Und ja, hier haben wir eben dann so Zweitplaneten, so kleine Inseln. Das hier ist die von Crapte. Da habe ich mir schon mal eben heimlich Holz geholt, aber nicht weiter sagen. Ja, wächst ja nach, ne. Und da drüben, wer ist da? Ich weiß gar nicht. Da ist auf jeden Fall Reis auf dem Dschungel. Das ist auf jeden Fall auch ein selbst zusammengestelltes Modpack von Crapte. Und ja, mal sehen, wie das hier wird. Ich glaube so 20 Mods sind drin, oder? Na, ich guck mal bei F3. Ne, 55. Oh, okay. Leicht verschätzt. Ja, äh. Ja, gut. Das war auf jeden Fall wieder spaßig. Ich als Technikfreak. So, und ich würde sagen, ich gehe mal hier rüber, weil hier ist noch nicht diese komische Schwerkraftumstellung. Oh, ne, stimmt. Ich kann ja hier auch nicht bauen. Ich komme jetzt gar nicht da rüber. Oh, scheiße, ey. Ich kann gar nicht machen. Oh, Mann, ey. Ich komme nicht da hin. Oh. Was soll denn der Müll? Oder, ne, ich muss mich hier zu außen rum bauen. Von der anderen Insel aus. Oh. Ey, das ist ja wie beiden Flotters. Ohne Witz. Ja, kann man hier bauen? Ist ja noch Spawn Protection. Ne. Hier. Da. Ich teste jetzt jeden Block aus. Oh, scheiße. Oh, Hilfe. Oh, ich bin gerade irgendwie so quergebuckt. Oh, Hilfe, ey. Das ist ja mega dämlich. Lol. Hey. Kannst helfen. Vor allem, ich habe Crapto gesagt, dass ich auf deine Insel gehe und jetzt stimmt es nicht. Oh, shit. Ey, was ist hier los? Was sind das hier für Mops, ey? Ah. Das ist doch... Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt verliere ich alle Items. Alter. Ach, das kotzt mich doch an, ey. Das ist nicht lustig. Du hast auch alles verloren. Oh, nein. Ey. Was ist das? What the fuck, ey. Die musst du hochladen, die Folge. Ja. Oh, nein. Ey, die ganze Insel wird zersprengt. Die Startinsel, gell. Wir sind nur Creeper, ey. Und immer, wenn ich sprinten will und ein Schiff, äh, STRG drücke, dann zoome ich ran wegen Opti-Fallen. Dann bin ich total verwirrt. Oh. Oh, Alter. Wie viele Mops sind das hier? Nein. Vor allem, ich kann nichts bauen. Oh, oh, oh. Hä? Wieso fällt der nicht runter? Was? Joli, sinkt. Die Spinne fällt nicht runter. Hä? Na, die können auch nicht runterfallen. Weil das doch alles angezogen wird hier. Oh, Alter. Oh. Vielleicht geht er mal kurz runter und ich mach Tag. Ja. Okay. Oh. Oh, ich komm nicht auf dieses, auf dieses Ding. Ey, geh da nicht runter. Geh nicht auf den Hauptplaneten. Du kommst nicht mehr zurück. Weil du, weil du dann da rumbackst. Jetzt kann ich Blöcke abbauen. Hä? Wo bist, wo ist das? Ach, da. Wie dieser Name rumbackt, ey. Ich hab jetzt hier mal einen Block platziert. Geht's jetzt? Ja. Oder? Ach nein, immer noch nicht. Hilfe. Hilfe. Oh. Oh, endlich. Oh, Gott. Nein, nicht. Nicht. Geh von meiner Insel weg. Bitte. Lass mich hier übernachten. Das wär voll gut. Aber dann könnte ich hier. Hä, warum? Och. Oh, Gott. Ey, jetzt sind wieder meine Items weg. Oh, Mann. Ich muss die Folge nennen. Pures Chaos. Nee, ich brauche irgendeinen innovativeren Titel. Wir müssen den Titel erzwingen. Ich nenne die Glaube, äh. Craptors Familie. Äh, kommt zu Rainer Kallmund zum Kaffeekränzchen. Oder 20 Bratwürste für Rainer Kallmund. Wo bist du, Sieg? Ich glaub, sie nenne ich das Video. Ah, der kommt. Och, shit, ey. Oh, wie schon. Oh, scheiße. Scheiße. Ey, mein Bild, das ist komplett am eskalieren. Ich komm hier nicht mehr weg. Hä? Ich komm hier echt nicht mehr weg. Lol. Was ist hier? Scheiße. Ich glaub, die Folge geht nur 5 Minuten, ey. Sieg, dann geht deine Folge schon. Ach, ich schneid die eh runter. Das ist doch nischt hier. Das ist doch kein Content. Ich beende die jetzt einfach mal. Also dann, Leute, ja. Haut da rein. Das wär's gewesen. Geile Folge vom ersten Projekt. Naja, vom ersten Projekt. Naja, von, äh, der Nachfolger von Howell, sozusagen. Und, ja. Ich hoffe, dass es kein April-Scherz, dass das hier so lief, ey. Dann, tschüss. Gлох. Na?